Oh Herein Wie geht es ihm? Erstmal gut, aber ich werde noch so einige Sachen machen, die auf dem Zettel stehen Und was? Kleinigkeiten wie Hände abschneiden Abschneiden? Ganz ruhig, er hat ja nicht ins Klo gegriffen Äh Doch, hat er Äh Und auf Klo geschrien Okay, erstmal die Krabsche ab Äh Pfff Autsch Oh mein Gott, das war der falsche Patient Das ist ihm jetzt erst aufgefallen Aaaaaaah